Wir gucken nachher ausführlich rein und wir werfen auch einen Blick nach München. Heute Abend Fußball. Du hast ja lange in München gelebt, bist aber kein Bayern-Fan. Nein. Das heißt, du willst, dass Barcelona heute Abend die Bayern nochmal richtig über den Tisch ziehen. Ja, ich hätte mich am meisten gefreut, wenn Dortmund da jetzt wäre. Oder 96, damit ist noch weniger zu rechnen. 96, ja gut. Also der Weihnachtsmann den Gänstern dort. Nein, aber man kann sich doch auch Sachen wünschen. Also das ist für die Zukunft. Heute drücke ich auf jeden Fall Barcelona die Daumen. Da machst du dich gleich sehr beliebt da draußen. Ja, das hilft ja nichts. Man muss ja ehrlich sein. Ja, ja, nein. Ehrlichkeit zählt.